Musik Zwei Monate nach dem entsetzlichen Massaker am 7. Oktober wurden die Chanukka-Kerzen angezündet. Acht Tage lang, jeden Tag, eine Kerze mehr. In Erinnerung an den Sieg gegen die Zerstörer des Tempels und des jüdischen Volkes. Damals, im 2. Jahrhundert vor Christus, wurde der Tempelkult durch den syrischen Machthaber Antiochus Epiphanes außer Kraft gesetzt. Nach dreieinhalb Jahren gelang es dann den Makabeern, den Tempel zurückzuerobern. Jetzt konnte wieder geopfert, gebetet und gefeiert werden. In diesem Jahr fiel das Chanukka-Fest in eine schwere Zeit. So viel Leid in Israel, so viel Schmerzen, so viel Trauer. In vielen Familien scheint die Freude in diesem Jahr auszufallen. Vielleicht waren die Umstände vor 2000 Jahren ähnlich. Damals litt Israel unter den Römern und auch unter Herodes dem Großen, dem skrubellosen Herrscher. Immer wieder gab es Mord und Totschlag. Trotz mancher Fortschritte und manch schöner Prachtbauten, vieles lag im Argen. Aber genau in diese Zeit hinein kommt ein Kind zur Welt. In Bethlehem. Ein besonderes Kind. Laut der Erzählung des Schreibers Lukas macht ein Engel die Geburt einigen Hirten bekannt. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Dieser Engelsspruch darf in keinem Krippenspiel fehlen. Es gibt eine Mega-Freude, so steht es wörtlich in der Bibel. Mega heißt groß. Und der Engel verrät auch den Hirten, was die große Freude verursacht. Es ist der Retter, der geboren wurde. Der Messias, der Herr in der Stadt Davids. Mit dieser Geburt ist ein Licht angezündet worden. Ein himmlisches Licht. Ein ewiges Licht. Der Himmel ist ganz nah gekommen. Ja, mit diesem Kind ist der lebendige Gott mitten in eine sterbende Welt hineingetreten. Das muss gefeiert werden. Große Freude. Großer Bahnhof eben. Nun schreibt Lukas noch ein zweites Mal von der großen Freude. Und zwar im Schlusssatz seines Evangeliums. Da beschreibt er, wie Jesus auf dem Ölberg in den Himmel aufgenommen wurde. Die Reaktion der Jünger? Kein Lamentieren. Keine Trauertränen. Nein, vielmehr warfen sie sich vor Jesus nieder. Obwohl er gar nicht mehr leibhaftig bei ihnen war. Und dann schreibt Lukas, sie kehrten nach Jerusalem zurück. Mit großer Freude. Da ist sie wieder. Die große Freude. Der Eintritt des Messias in die irdische Welt und die Verabschiedung aus dieser Welt. Beides wird mit großer Freude gefeiert. Zeigt es doch, dass es eine Straße gibt zwischen Himmel und Erde. Jesus, der Messias, hat Himmel und Erde miteinander verbunden. Mit seinem Kommen wurde ein Licht angezündet. Und dieses Licht ist nicht mehr ausgegangen, als er zu seinem Vater zurückkehrte. Im Gegenteil. Seit seinem Weggang kommen Menschen ins Licht. Sie treten auf die Straße, die die Erde mit dem Himmel verbindet. Sie nehmen den Messias beim Wort, der von sich sagt, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir vertraut, der wird das Licht des Lebens haben. Trotz Sterben, trotz Schmerzen, trotz allem. Ich wünsche Ihnen diese Freude. Diese große Freude. Aufgrund von Jesus, dem Messias Israels und der ganzen Welt. Shalom. Schmerzen, trotz 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 Schmerzen, tr